moin moin liebe leutchen damit nicht mal wieder mit dem pause im land wenn wir mal ja wieder weitermachen mit dem flugplatz so da steht jetzt kies verdichten genau und kies verdichten wir uns ja noch aufheben das nächste mal so dann werden wir mal hier rein kies verdichten ja super verkehrt hat dass sie drückt geht schon gut los noch mal zurücklaufen rückwärtsgang noch vorwärts gibt stoff so liebe leutchen schön dass ihr alle mal wieder reinschauen ich hoffe euch geht soweit gut die woche wieder gut überstanden so wilde kamera führung hier geht wieder los müssen wir hier drauf so jetzt probieren wir mal richten geht schon was jo geht so das ist aber trotzdem schön dass er wieder eingeschalten habt so ein bausimulator ne das freut mich und ich habe meine lieblingsbeschäftigung wieder das verkehrt drücken so aber nicht stottern hier nicht stottern rückwärtsgang drehen drehen er fährt darunter nein 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 wir müssen hier drauf bleiben er rutscht darunter so was gefährlich kommt er nicht hoch gibt stoff geschafft hoch sind wir jetzt aber volle volle möhre ja tja liebe leute dann können ja ganz gerne vielleicht mal schreiben was ja so die ganze woche so schönes gemacht habt na ja vielleicht mal interessant zu wissen oder vielleicht spielt ja auch der eine und der andere auch bausimulator kann ja ganz gerne mal bei den kommentaren mal reinschreiben wie er damit klarkommen mit dem spiel rüber 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 rückwärtsgang 30% haben wir schon rückwärtsgang 30% rückwärtsgang 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 frauen kurs rückwärtsgang tja liebe leute und gott sei dank sind auch die heißen tage wohl erstmal gezählten soll ja nicht mehr so heiß werden wir haben nur normale temperaturen mit dem man gut umgehen kann insgesamt haben wir schon 82 prozent vom zweiten teil der landebahn geschafft wenn man gespannt was da noch so kommt rauscht jetzt auch schon wieder vorbei ist ein engel hier bei morgen vor allem haben wir es ja fast geschafft lieber Leute haben wir es ja fast geschafft lieber Leute Wir haben noch keine Zeit. Keine Zeit. Halt! So, rum, rum, rum hier. Mal hinten. Und los. Zack, zack. Danke. 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 10%. Oh, noch einmal hoch. Einmal müssen wir hoch. Drehen. 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 Und jetzt. Ja. 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 Würdelblatt aus. Ja. 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 Hinweis. Ja. Ja. beendet ein abschnitt haben wir beendet achte bühne 9 und jetzt und sind die sind die schuppen hin ein schuppen mehr da ok einmal hier betont auf den asphalt dazu müssen wir hier in unsere fahrzeuge springen wollen das ist die walze hier haben wir den anderen schnell reise So. Drehen, 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 drehen. So, zurück. Nicht stehen bleiben. So. Gerade ausrichten noch. Dann müssen wir öffnen. Die Seite möchte ich die Breite haben. Oh, und zurück. Oh, halt. Oh. Dann. Befüllen. Fuck. X, X. Wollen wir einen Schluck trinken nochmal. Schluck trinken. Das tut gut. Senken. Ich hoffe, es ist was angekommen. Was wir losfahren können. So, okay. Geht los. Ich mach nix. Ich fang nur gerade aus. Mal sehen, ob es die Spur hält. Es wird schief, ne? Warum wird das schon wieder schief, wenn ich nur gerade ausfahre? Oh, liebe Leute. Seid ihr noch da? Das seid ja schon eingeschlafen. So, jetzt ist es wieder alle. Mal wieder Nachschub. Dann fängt er wieder an zu stottern hier. Erstmal leer machen. Dann wieder voll machen. Verstehe ich zwar auch nicht, warum. Wer momentan ist und nachgelaufen ist. So, und dann können wir los. Ganz geschmeidig. Kommen wir jedes Mal hier schief. Obwohl wir gerade ausfahren. Jetzt brauchen wir nach dem guten Duft, ne? Den guten Duft vom Asphalt, vom Teer. Der immer so schön und gut riecht, wenn er auf warm ist. Jetzt fängt er mir an zu haken. Gut. Jetzt müssen wir mal drehen. Wie machen wir das am besten? Sich allein auszuschalten. So, so rum. Aber ja. Noch eine Runde Zeitung lesen wir nebenbei, wa? Ich tippe mal an, wie schief es hat geworden ist, ey. Kann nicht sein, ey. Dabei drücken wir immer nur geradeaus. So. An. Dann werden wir momentan, was nachgelaufen ist. Und dann können wir. Und das war ich eben mit dem Ausgleichen. Ja, ich hoffe mal, euch macht das immer noch ein bisschen Spaß hier, das Zuschauen, ne? Der Bausimulator ist schon wieder leer. Wir müssen schon wieder nachfüllen. X-X. Macht dann jetzt schon wieder. Hä? Wo ist denn? Mh, jetzt. Er muss immer erst das alte Zeug rausmachen. Oh, da hinten ist die Landebahn sogar schon bemalt. Ja, und demnächst soll ja nochmal wieder ein neues Update kommen, ne? Ein neues Ziel, äh, zieh hier im Bausimulator. Wieder her. Kurz bevor der immer leer wird, dem bleibt der stecken. So, dass man nicht mehr weiterfahren kann. Bremst dann irgendwann ab da vorne in der Bulde. So, drehen, drehen, drehen. 78% haben wir geschafft. Oh, da kommt ein Schiff vorbei hier. Oh Gott. Ein Schiff wird kommen. Oh, ich lasse es nicht mehr. Ah nein, ich aussteigen. Der wollte schon Feierabend machen, nur wieder. So, kleinen Moment warten. Und jetzt können wir. Zumindest war das zum Anfang des Spiels so. Wenn man nicht noch ein kleines bisschen gewartet hat beim Einschalten. Dann, äh, waren nicht genug Zeug raus. Leer. Bleibt er schon wieder stehen. Und los. Und los. Gleich geschafft. Oh, wir sind fertig. Intern. Super. Aus das Ding. Rücksetzen. Aussteigen. Super. Wir haben das geschafft. Ist noch heiß. Ich versinke noch. Meine Schuhe werden heiß. Was ist das denn? Ja, haben wir denn jetzt noch was bei hier? Okay, unser LKW ist leer. Hier liegt auch nichts. Hier liegt auch nichts, also. Heißt also, wir müssen beim nächsten Mal Baumaterialien holen. Gut. Nicht rum. Junge, bleib stehen. Also, diese... Also, diese... Nee. Ich sage lieber nichts. Okay, liebe Leute. Das war's für mich da vom Bausimulator. Die Zeit ist leider schon wieder um. Ja, ja, Zeit ist um. So. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten, ne? Dankeschön dafür. Und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Okay. Dann haut rein. Bis bald. Und tschüss. 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 Tschüss.